Weißt du, wie das ist, sobald du zu schnell fährst, bist du untergekippst. Fuck, bist du 70 km? Oh mein Gott! Wie bin ich dem gerade ausgewichen? Nyeeeew! Jesus Christus, ich hab's im Stream gesehen. Das war gerade ein von Toho Level! By the way, weißt du, was mir mal hier einfällt? Also hier gerade so auffällt, in der Ebene? Hier ist so... Ritchi, Motherfucker! Das ist dann das Twitch, den Delay verlängert. Ich hab, ich hab seit 15 Minuten MS Paint schon aus. Also ich müsste eigentlich... Sag nix, Auron, sag nix! Sag nix, Auron, sag nix! Bitte Auron, ruhig, ruhig! Sag nix, Auron, sag nix! Es ist mir bewusst. Huh?! Aja! Ich habe gesehen, er Hybrid. Larry wins! Mario Moto. Moto Moto likes you. Das war Mia Moto höchstselbst. Moto Moto can eat my f***ing nuts. Sense Undertale. Und das bauen wir einfach mal hier an. Wisst ihr, die Hexe hat sich halt gedacht so, ich baue mir ein Haus aus Pfefferkuchen fein, baue da ein Hotel rein und Hänsel und Gretel lasse ich für einen Mindestlohn arbeiten. Okay, hier ist der Deal. Ihr liked, kommentiert und abonniert den Kanal und dafür kriegt ihr all die Memes in diesem Koffer. Seht gut. POV, du bist das Selfie. Nehmen wir uns jetzt hier... Nehmt er uns jetzt auf seine Instagram-Tour? Ja, ha, 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 ha. Lächelt er auch immer... Ne, äh, da lächelt er. Ah, jetzt sieht er aus wie ein Yakuza-Boss. Ich will die einmal abfeuern. Ho! Holy s***! Okay. Okay. Okay, ich merke direkt, wo ich hier bin. Sure, fine. Cool. F*** you. Ich bin weg. Tschüss. So läuft das hier also, ha? Sure, f*** off then. Goddammit. Ich hätte sogar die orangene... Die orangene Leitung genommen. Das war f***ing cool. Ich habe ihm so ins Ohr geflüstert. Ich habe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Mann. Mr. Steal your girlfriend, Alter. Kriegen eigentlich alle in diesem Spiel einen verf***ten Kugel Willi außer ich? Oh mein Gott, ich bin neunter. Komm, jetzt aber brauche ich das. Gib es mir einmal... Nö, Pilze. Ich dachte, die mögen mich einfach. Da fahren zwei an mir vorbei. Das ist eine horde Schafe. Nein, stopp. I can't make it stopp. Jetzt, okay. I made it stopp. Oh mein Gott, Alter, mein Sinnfuhr, boah, es ist, er ist kaputt. Es macht keinen Sinn mehr, es ist, er ist kaputt. Du redest hier von einem legiten Aal-Jungen in Majora's Mask und ich so, what? So, ja, natürlich kennst du den nicht. Den schaltest du frei, wenn du Majora's Mask fünfmal aus dem Fenster schmeißt und damit f***ing Erdnussbüter beschmierst. Davon ab. Es gibt ja in Majora's Mask die Aalwürfe. Alter, da wär grad gelacht. Also, shit, das war nichts. Das war ich. Alter, warum habt ihr jetzt Knorp wieder geholt? Niemand mochte Knorp. Das ist für Leute wie mich ja hier absolut ideal, ne? Die Box hat mir wehgetan. Normalerweise seit über einem, seit über einem Jahr, glaube ich, sogar noch länger, benutze ich Spotify für Musik hören, einfach weil die Playlist ist Elch oder Spellebund. Oh mein Gott, es ist so bunt. Oh mein. Holy shit. Oh, Nadine. Ich will ja nicht klugscheißen, aber ich glaube, das ist eine Call of Duty Map. Das ist echt, entweder eine Counter-Strike oder Call of Duty Map. I'm always looking for... Du meinst das Loch. Hallo. Ich war ja... Was ist er denn für ein Vogel? Komm. Komm. Alter, fuck. Wie grob. Hä? Ähm. Hä? Atlantis ist ein Flughafen, oder was? Oh nein, nicht du schon wieder? Das... kommt in meine Cringe-Collection. Ei, ich fahr besoffen. Don't worry. Hä? Hä? This is such a mess. Oh mein Gott, das ist die weltlangsamste Rakete. Habt ihr gesehen, wie langsam die Rakete war? Warte mal. Look at this. Alter. Der deutsche Postweg ist teilweise schneller. Wenn die Quest jetzt irgendwie alle anders ge... What the fuck? Big Chungus. Ja, morph einmal durch die Kuh. Das ist okay. Du musst gar nichts, Tragi. You don't have to... What the fuck? Leave out here. Fuck, 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 fuck. 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 лагi werde ich niemals zit furthermentonne. Zum Glück wird es mir nie langweilig, zu sehen, wie Louis stirbt. Das ist auf jeden Fall hilfreich, ja. Louis f***ing dies Compilation, Part 1. So, und wieder mal kommen wir auf diesen Planeten und sehen einen Hatecrime. Auf welch ich schwören könnte, dass das jetzt ein anderer Frame ist, because this looks wrong. Alter, das schild hat... Ich komme immer nicht drauf klar, als du gesagt hast, so, ja, ich spiele wirklich ganz normal Mario 64 Run. Du betonst dieses normal so. Ich dachte wirklich, du spielst irgendeinen dummen F***-Mod. Weirdcher Mario, Alter. Es ist weird, dass ich auch mal was normales... What? Goodbye. Was war nochmal... Ach ja, stimmt, ich habe komisches Farbe. Faison. Faison, ja. Triple kill! Äh, nähe von Andorra. Was denn? Guck mal auf den Boden. Guck mal auf den Boden. Was denn? Oh, oh. Ich schaister. ihre stimme ist verdammt gut ich habe auch ich weiß nicht warum du warst im stern das spiel so i'm dying anyway what the bleib ist aber immer noch aktiv wenn wir glück haben killt das komm bitte gib mir einen gegner noch ich möchte das jetzt einmal oh mein gott f***ing eat my nuts so das war es dann auch schon wieder für den stream wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis zum nächsten mal tschüss die 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 Bis zum nächsten Mal.